Moin moin liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Rainbow Six Siege mit mir im Werkstatt und dem guten Eintatsch. Seid gegrüßt! A.K.A. Trickser. Richtig in den Sachen. Fährst du oben lang oder wo fährst du lang? Ja, ich bin oben, aber oben ist nichts. Ist aber ganz unten, bist du ganz unten lang gefahren? Noch nicht, ne. Nein, vor der Artigen. Küche, ne? Also ganz unten. Ne, nicht ganz, mehr oder weniger. Ja gut, nicht im Maschinenraum, das ist klar. Richtig. Direkt oberhalb des Maschinenraumes. Oh, hier ist eine Wand nicht reinforced. Die haben ein Loch in die Wand geschossen. Scheint mit C4 oder so. So, von wo gehen wir denn rein? Ich habe die Thermalentladung dabei. Da können wir also richtig Schmerzen machen. Neue Idee. Was aufgemacht? Ich nicht, ne. Ich gucke mir zu. Ich mache mal auf hier. Ich verballer's gerne deine ganzen Ladungen. Nur eine. Kameras übrigens ganz rechts oben im Ecken, wenn du rein sprichst. Ja, ich mache es. Aber ich glaube, auf C4 gehört kann das sein. Na ja, ne, ne, dir. Vorsicht. Kamera ist weg, aber hat mich entdeckt. Okay, ja gut, wenn du nur eine weg hast, ist ja okay. Guckst du hier die Treppe runter? Äh, ja, ich habe die Treppe im Blick. Ich komme rein. Treppe nach oben? Oder interessant. Würdest du hier aufmachen? Soll ich? Mach ruhig. Ich kann hier aufmachen. Ich deck den Gang auch. Na ja, warte mal. Lass mal eine Runde gehen. Oh nein, ich mache es. Okay. Okay. Ich habe Sinn erwischt. Hoffst nicht, ich habe eine größere Herausforderung. Deine Position ist gefährdet. Was heißt das? Oh nein, wurde verhört. Scheiße. Der wurde verhört? Ich weiß nicht, wo wir sind. Okay. Ist das neu? Das ist die. Habe ich schon so lange gespielt? Das ist die Spezialfähigkeit von der Carrera. Ah, okay. Ich kann hier aufmachen, Eintouch. Ja, mach ruhig. Ah, Carrera ist zu. Okay, gut. Bist du fertig? Jo. Ich habe einen gehittet. Ich kann leider nichts sehen. Wo kam das her? Äh, aus dem Raum. Also aus der Küche. Voll küre. Wo ist schon leer? Keine Mission mehr. Wir haben mal wieder ganz stark gelaufen, nicht? Da! Wuh! Oh, der ist überfallen. Der hätte ihn da aufgemacht. Scheiße. Da war entweder der Dock oder der Rook. Einer von den beiden. Direkt hinter der Theke da. Ah, da! Boah, du hast ein Glück, ey. Keine Mission mehr zu tun. Nein, natürlich nicht. Jawoll. Das war stark. Alles mit Ruhe. Nicht in Panik geraten. Oh, da war Kür. Ich glaube, Kür ist dann links weg. Jetzt hast du dich da so ein bisschen eingehängt. Jawoll. Oh, stark. Stark. So wird das gemacht. Das war so stark. Da war noch C4, ne? Der Typ ist von der anderen Seite reingegangen. Das war mein Gedanke, dass wenn der das macht, dann kann ich von der anderen Seite safe rein. Also, mehr oder weniger safe. Einer von uns beiden hätte freie Schussbahn gehabt. Von dem her, alles gut funktioniert. Ja, weil Kür hat mich natürlich da in der Ecke liegen sehen, beziehungsweise hocken sehen und dann C4 und das war's. Na, das ist ein bisschen ärgerlich viel zu hoffen für dich. Ja, ein bisschen. Ja, aber nur ein kleines bisschen. Oh, guck mal, da hauen die ersten schon ab. Oh, zwei sogar. Tschüss, Antonio. Ich hoffe, du hattest sehr viel Spaß. Anscheinend nicht so. Den Raum sichern. Hier soll wieder kleines Anwachschen. Diesmal haben wir eine kleine Lootbox von Playloot. Dann looten wir mal. Und? Ah, wunderbar. Passt's? Hundertprozentig wie angegossen. Geil. Als wenn ich bei Armani gewesen wäre. Bruno Banani, Giorgio Armani oder? Giorgio Armani. Eine Drohne kommt nach oben. Neue Kameraübertragung läuft. Die Wand ist grafisch. Noch fünf Sekunden. Standort des Biogefahrwut behält das unbekannt. Weiterhin absichern. Nein, lass doch auf. Ist doch all das wieder gemacht worden, was ich nicht gewollte eigentlich. So. Jetzt ja pissen wir uns alle hier in die Ecke. Da hinten sehe ich was. Kommt hoch zu euch. Direkt auf eurer Seite. Einer mindestens. Von wo? Ich kann ihn leider nicht klingen. Ja, okay. Okay, ich hab schon. Tür ist offen. Ist einer drin? Scheint nicht. Warum ist denn hier immer alles reinforced? Die Gegner haben nur Gefahrgutbehälter auf. Jetzt rutsch mal rein. Es ist keine Sau von uns da drin. Alter, schweilt die Poli bei dir? Bist du das Hübser rein? Ne, nicht durchs Fenster, sondern hier durch den Raum. Da ist das alles hell hier. Ich kann nichts sehen. Schade. Ich hätte, wenn hier nicht reinforced wäre, dann hätte ich da eine Wand aufmachen können. Dann hätten wir da einen anderen Durchgang noch. Dann brauchen wir nur die Skadehör. Die Gegner sichern den Gefahrgutbehälter. Sofort eingreifen. Die Gegner sichern den Gefahrgutbehälter. Das ist doch zu krass. Boah, das ist doch zu krass. Keine Chance. Blastend. Ja. Das ist doch zu krass. Weiteren Zugriff auf den Biografgutbehälter verhindern. Ein Kämpfer des eigenen Trupps verbleibt. Ja, wir haben gewonnen. Ein Gegner verbleibt. Ne, noch nicht. Jetzt. Ja, aber grundsätzlich. LOL, stark. Hätte ich nicht mitgerechnet. Das war ärgerlich. Und zack. Ja, aber da bringt es dann nichts mehr auf, groß rumzurobben. Wenn der letzte ist im Raum, wo soll der Gegner hinrennen? Soll ich jetzt da rausrennen oder was? Also, wenn, wenn, dann müsste es halt so sein, dass er einfach nicht weiß, wo du bist und dann rennt der auf einmal aus dem Raum raus. Ja, aber wer, warum sollte er das machen? Ja, natürlich. Das macht keinen Sinn. Nein, der Tee macht keinen Sinn. Von dem her... Oh, der Kapital hat eine schöne Tarnung. Ich habe eine schöne Tarnung. Standard. Das soll das mal so im Raum stehen. Ich habe so viele Coins und Renown gesammelt. Fünf? Ungefähr, der muss jetzt. Ja, schon, dass die Tarnung, glaube ich, gratis war, ne? Ich weiß. Ist dir das nicht peinlich? Nid. Ich gehe mal runter. Ich höre sie schon. Okay, im Casino sind sie nicht. Doch. Casino? Ne, doch nicht. Ich höre sie hier. Aber ich höre sie hier. Ich habe Störsender hier dann hier. Ja, sie sind oben, sie sind oben, sie sind oben. Ja. Okay. Definitiv oben. Wo wir auch waren. Okay. Das war auch da, sind die Störer, ne? Ich bin rechts oben auf die... Ach, super. Das war schon. So, Kennig weg. Gehen wir mal hier rein. Ich will von der anderen Seite rein. Machst du mit? Ja, achso, du bist schon drüben? Wechsel in das Magazin! Ne. Ich gehe mal von unten durch. Du musst schon nach außen kommen. Dann warte einen kurzen Augenblick. Ohne bereit. Es geht schon los. Bein draußen. Aber du bist Thatcher, oder? So ist es. Nicht. Ich bin Ash. Der ist Thatcher? Ich glaube, keine Ahnung. Scheiße, der bräuchte ich bei mir. Da hinten, der rum? Da hinten. Mist. Ich wäre ganz gerne jetzt hierher gefahren, wenn wir da durch das Team. Okay. Teamkill bei uns. Ich habe mal einen Räger gesehen. Das Teamkill bei uns. Mhm. Okay. Scheiße. Ich bin tot. Hinter uns. Ja, warum hast du sowas auch? Hinter uns. Doc kam gerade aus dem Fester. Einer vom eigenen Trupp verbleibt. Ja. Dass immer alle so kreuz und quer überall rumrennen, aber nicht da, wo das Ziel ist. Mit dem Thatcher wäre ich da hochgegangen, der hätte das Ding aufgemacht und dann hätten wir da auch Termiten können. Aber nun... Mann, das wäre ein schönes 3-0 geworden. Leider nicht. So blödig. Kavöra tut mir ja... Oh Gott. Ja, das hat uns so ziemlich das Gnick gebrochen. Ein bisschen. Da, liegt's! Ich glaube, der ist gleich hinüber. Glaube ich auch. Jetzt kommt einer von der linken Seite. Ja, das war nicht so clever. Oh! Oh, der hat den. Das war mal mehr Glück als alles andere, oder? Aber Kavöra, das war der Dienstverdruck. Ja, als die Kroßler. Oh, schatz. Na ja, 28er Weg. Ha! Der hat ihn! Der hat ihn eliminiert. Stark. 3-0. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Der hat richtig fett Applaus. Der hat zwar nicht schlecht gemacht. Da hat er ein bisschen Dusel gehabt. Aber am Ende, ja doch. Also, er war auch der beste Mann, von dem her. MVP geht in Ordnung, würde ich sagen. Zweiter Platz an mich. Meine Güte, passiert halt mal. Man kann nicht immer ganz oben stehen. Ansonsten, wie immer, hoffe ich, dass es Spaß gemacht hat. Wenn ja, lasst doch einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr neu auf dem Kanal seid, ein Abo wäre ziemlich geil. Ach, jetzt muss ich mich mal kurz, kurz schlucken. Ja, bis zum nächsten Mal. Und may the fun be with you.